Servus Leute, willkommen bei Showa Wheels. Heute packen wir das Senna 30k aus. So, dann legen wir mal los, das schöne Paket auszupacken. Wir sind schon ganz vorsichtig, dass wir auf jeden Fall jetzt erstmal nichts beschädigen. So, die Verpackung kommt weg und es wird schön rausgeschoben. So, erstmal noch nichts spektakuläres, aber es ist in der schönen Box, in der schönen roten Box, jetzt machen wir das Prachtstück mal auf, so als erstes Mal, dass ich das jetzt sehe. Ich bin schon sehr begeistert, was uns jetzt erwartet. Oh, okay, erstmal, Senna lässt uns hier noch ein bisschen schmollen. Und das sind die schönen Geräte. So, kommen wir jetzt zum Inhalt der Box. Wir haben hier zweimal die Senna 30k Hauptgeräte, die sehr leicht sind. Dazu kommen wir noch später. Dann haben wir zweimal die Schwanhals-Mikrofone mit den Kopfhörern dazu. Diese Boxen, die in den Helm reinkommen. So, das haben wir noch drin. Können wir das noch hier raus machen. So, da haben wir hier einfach eine Bedienungsanleitung drin. Die kann man jetzt auch mal außen gucken und hier an. Weil das ist ganz cool gemacht von Senna. Die haben das nämlich nicht sowieso eine übliche Bedienungsanleitung, sondern die haben das, das ist wie ein Fahrtblock gemacht. Mit diesem Ringel hier, ist echt ganz cool. Das ist eine Bedienungsanleitung. Dann haben wir jeweils, meine ich zweimal, genau zweimal, weil es auch das Dualsystem ist, einen Zigarettenanzünder dabei, wo wir halt das Senna unterwegs aufladen können oder im Auto. Das haben wir hier zweimal drin. Dann haben wir das Micro-USB-Kabel, wo wir das Senna mit aufladen können. Dann kommen wir hier zu den ganzen Boxen, da müssten die ganzen an der Mikrofone drin sein, Schraubenstoffe, Kabel, noch ein flexibles Mikrofon, noch ein ganz anderes Mikrofon. Und die ganzen 3M-Bänder, einen Imbusschlüssel, wo wir das Senna noch montieren, schrauben. Und noch ein AUX-Kabel und das jeweils nochmal zweimal für jede Person und nochmal Mikro-Ladekabel. Falls das Video euch gefallen hat und ihr mehr über unseren Kanal wissen wollt und über das Senna 30K, lasst ein Abo da und ihr werdet weiter informiert über jedes neue Video.